Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind bei Part 50 von der Lucky Legacy Challenge angekommen. Destiny freut sich nicht so besonders darüber, aber Dinge passieren. Im letzten Part sind die beiden Mäusis zu Teenagern geworden. Deswegen ist das ja alles ganz doll spannend. Ich denke, wenn sie etwas isst, dann wird es ihr auch schon gleich besser gehen. So, was machen wir denn heute? Es ist die 87. Ich kaufe einen Whirlpool. Oh mein Gott, ich habe Flashbacks an Generation 1 mit Sky, wo wir dann einfach pleite waren und tausend Jahre gebraucht haben, um uns allen besorgen zu können. Dieses Mal ist das zum Glück ein bisschen entspannter, was das angeht, wenn man schreiben könnte. Oh, dann will ich den Überdachten haben, aber... Ja, wer kennt es nicht? Ich habe auch immer meinen Whirlpool neben dem Stall stehen. Super. Nice, dann haben wir das auch erledigt. Ich würde sagen, wir gehen heute mit den Mädels mit zur Schule. Es ist deren erster Schultag. Als Teenager, also ich möchte ein bisschen gucken, was da so abgeht. Sie übt auch erstmal direkt debattieren. Sie ist einfach direkt ready für die Schule. So, wir gehen mit beiden. Okay, ich möchte erstmal gucken, wen wir hier haben. Hi, girl. You look really cute. Who are you? Bellatrix Bergson. Das ist ein wilder Name. But you look really cute. Dann haben wir Eulalia Akiyama. Krasses Outfit Girl. Würde ich jetzt so zur Schule nicht tragen, aber ist da eine Entscheidung. Risa Koobara. John Paul Norwood. Okay. Hier haben wir noch Epiphany Grusel. Das hier ist Miwa Case. Aber ich sehe keine Lehrer. Oh nein. Was ist das für ein Name? Irgendwas? Kibo? Blablabla. Felicity Bale. Irgendwie haben wir einen Überfluss an Frauen. Und anscheinend haben wir keine Lehrer. Hier ist noch Aaliyah with us. Das ist natürlich schwierig. Aber das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass es da Probleme gibt. Dass keine Lehrer spawnen. Bisher hatte ich das Problem nicht. Können nur hoffen, dass das vielleicht doch noch irgendwie was wird, ne? So. Sie ist hier auf jeden Fall auch direkt. Faith. Absolut relatable. Destiny chillt draußen am Schachtisch. Dad. Ich weiß ja nicht. Sie heult einfach um den Klo. Absolut relatable, girl. Können wir uns mit dir anfreunden. Weil sie sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Also sie finden uns kacke. Wie sie auch. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Mal Freunde zu finden, so. Ja. Dann lernt mal ohne Lehrer, ne? Also viel Spaß euch. Och Mann. Dieses Spiel ist absolut perfekt, oder? Also. Ui. Naja, immerhin lernen die ein paar Fähigkeiten. Kann ja auch nicht schaden. Ich meine, ihr könnt eure Zeit ja nutzen und für Prüfungen lernen. Beziehungsweise, du kannst auch duschen gehen. Ach. Ich hab das mit dem Fluch irgendwie vergessen. Ah. Passiert. Die haben schon nur noch zwei Sterne. Ups. Oder waren die von Anfang an nur zwei? Naja. Oh. Quittung für passives Verhalten. Girl. Du bist auch eigentlich nicht dafür zuständig. Sondern deine Mutter. Aber ist okay. Wie wär's denn mit Felicity? Vielleicht findet ihr euch ja ganz cool. Ich meine, bis auf, dass sie halt so Braids hat. Als weiße Person. Finde ich sie ganz cool. Also, jetzt optisch meine ich. Sie findet uns schon wieder Kacke. Und wir sie auch. Warum finden wir immer alle Kacke? Und warum finden uns immer alle Kacke? Was ist mit Elaya? Scheint ein neutrales Verhältnis zu sein. Oh. Sie ist sogar im Football-Team. Das ist doch cool. Weil wir sind auch im Football-Team. Sie kann ruhig erst essen. Ist schon okay. Äh. Wir gehen darauf nicht ein. Wir lassen das mit dem Streich einfach Pech. Wir bleiben heute auch, glaube ich, nicht noch länger da. Wir können ja auch selber lernen, ne? So. Geht nach Hause. Wie geht's muttern? Chillt hier immer noch im Schlafanzug. Ich bin das, Alter. Wie viele Teenager haben wir denn aktuell so? Das sind ja doch ein paar, ne? Ich hab mal ein paar hinzugefügt, damit wir die zumindest mal kennen. Wir nehmen die Sonnenbrille. Teens. Also, sie geht zum ersten Mal zum Football-Training. So, und du darfst natürlich auch weiter an deinem Projekt arbeiten. Das ist sehr wichtig. Abfallbeauftragte. Okay. Okay. You look really cute, girl. Mmh. Ja. Sie ist zurück vom Football-Training. Cool. Jetzt steht die hier nackt. Äh. Ich hinterfrage einfach gar nichts mehr. So, und was ist jetzt deine Mission? Also, ist das wegen dem Miet-Dings? Oder woran liegt das hier? Die Zahl 6 wird in den nächsten 24 Stunden sehr bedeutsam für dich sein. Mami! Na, ihr fleißigen Bienchen. Die werden nur Semoleons für diesen Besuch berechnet. Vergiss nicht, dich um deine Mülltonnen draußen zu kümmern. Hä? Ha! Oh mein Gott! Ich hab's vergessen! Was, ich muss ich doch jetzt... Achso, das fände ich jetzt ein bisschen wild, wenn sie sich jetzt selber einen Kuchen machen müsste. Wait, wait, wait. Wir machen einen. Wir machen eine weiße Torte. Sehen eh keine Freunde. Also können wir auch keinen einladen. Also, das ist schon in Ordnung, ja. Hey, wenigstens normale Qualität. Sehr schön. So, und du kommst jetzt auch rein. So, und dann kann Mami sich was zu Geburtstag wünschen. Oh, die beiden gehen einfach raus. Okay. Kein Problem. Happy Birthday to you! Ich brauche einen Screenshot. Denn ohne Screenshot sind wir verloren. Zum Geburtstag. Viel Glück. Oh, das ist sie in der Öms! I can't! Oh mein Gott. Die Klammer ist jetzt pink. Girl! Das heißt, sie ist bald nicht mehr für uns da vermutlich. Oh, das finde ich absolut schrecklich. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Aber das Outfit finde ich auf jeden Fall erstmal noch passend. Ja, das definitiv auch. Ähm. Das hat eigentlich so ein baufreies Oberteil, ne? Das finde ich halt... Ah, weiß ich nicht. Könnte ich vielleicht austauschen. Wir machen daraus jetzt kein Speedbild. Speedbild vor allem! Wie wäre es denn mit sowas? Sowas sehe ich irgendwie voll an ihr. Das ist voll so ihr Vibe trotzdem. Kann meinetwegen so bleiben, weil wir werden das wahrscheinlich eh nicht sehen. Nicht mehr. Ja, diese Sportkleidung, die sehe ich jetzt nicht mehr. Also, da habe ich sie jetzt ein bisschen rausgewachsen, geil. Das ist in Ordnung. Ach, die finde ich eigentlich cool. Ach, ist ja noch eine coole Hose. Ja, das klippt leider ein bisschen, aber an sich finde ich die richtig geil. Dann nehme ich die hier. Das ist auf jeden Fall seniorengerecht. Also, das sind auf jeden Fall Hosen so. Die würde... Die hätte so meine Oma auch getragen, so im Alltag eigentlich. Also, ne? Weil Sport ab einem gewissen Punkt ist das natürlich einfach nicht mehr so möglich. Und die ist schön weit und so. Und auch sehr bequem. We like it. Das sehe ich jetzt auch nicht mehr. Was, wenn sie so ein lustiges Muster trägt als Hose? Muss ja halt einfach im Alter irgendwann mal ein bisschen mehr praktisch werden, ne? Ich finde dieses Outfit nach wie vor so süß, aber es ist... Es ist nicht so wirklich altersgemäß, ne? Uuh, das sitzt ja ganz schrecklich. Ne, das ist jetzt nicht so... Das, was jetzt besonders schmeichelnd ist. Ich glaube, ich finde das eigentlich süß. Aber dann passt die Kette nicht mehr. Aber welche Schuhe zieht man dann an? Hm, die finde ich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das kann man so lassen. Das finde ich auch immer noch richtig süß. Ja, und das sehe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so. Oh mein Gott, das habe ich mir neu runtergeladen. Und ich finde das so süß. Ja, nehmen wir. Aber meine Liebe, ich glaube... Wir müssen ihr den Skin wegnehmen, ne? Mein Gott! Who is she? Sie sieht so traurig aus. Girl! I'm not ready. Oh mein Gott, aber ich bin so stolz auf sie. Sie hat da doch so viel erreicht noch in ihrem Leben und so. Obwohl es halt so aussichtslos schien. Oh, I can't! Und die süße Maus guckt erstmal durchs Teleskop, ne? I love you! Sind alle so süß. Wir waren jetzt nicht im Whirlpool drin, aber... Irgendwann werden wir den bestimmt mal nutzen. Ja, ja. Sie wünscht sich, ihren Job zu kündigen. I mean... Ich würde sie schon gerne auch in Rente gehen lassen. Aber ich würde trotzdem gerne die Beförderung noch mitnehmen. Wenn es irgendwie möglich ist. So, ihr Lieben, was machen wir denn heute? 90. Telefonieren mit einem Sim deiner Wahl. Ja, das ist ja easy peasy. So, sie scheint auch außerhalb von der Arbeitszeit gerade arbeiten zu wollen. Deswegen lassen wir sie doch einfach arbeiten. Ich weiß nicht, ob die dann auch befördert werden könnten. Aber ich würde es versuchen. Oh, es gibt ein Wasserleck. Oh, und ihr spielt Football. Ihr seid süß. Aber mit den Schuhen finde ich das ein bisschen problematic. Es gibt Post. Warum sollte Faith schwänzen? Nein. Warum? Was? Sie ist in der Oberschule. Hä? Aber hier steht, dass sie nicht mehr da ist. Ich bin sowas von verwirrt. Alle, die wir mögen, sind tot. Wir können ja mit unserer Vermieterin... Nee. Mit unserer Mieterin telefonieren. Dass wir halt nachher vorbeikommen wollen. Was haben wir denn in der Post bekommen? Ein Samenpaket. Können wir verkaufen. Und einen Teller. Toll. So, dann gehen wir mal und gucken uns das Wasserleck an. Scheinbar sind nur die Sachen im Bad betroffen. Ich finde es schön, wie alle helfen, daran zu arbeiten. Das nennt sich Teamwork. Oh mein Gott, nein! Das Wasserleck wurde zwar besiegt, aber dafür geht unsere Kuh von uns. I can't. Oh, no. Ich finde das sehr gemein. Ich meine, sie hat uns jetzt ja auch lange begleitet. Das ist natürlich sehr schade. Auch wenn sie keinen Namen hatte. Wir lieben sie trotzdem. Auch wenn sie jetzt im Jenseits ist. Die kriegen doch nicht mal eine Stimmung dafür, wenn die sterben. Wie traurig ist das denn? Wenn es dir gleich besser geht, Girl, dann kannst du Hausaufgaben machen. Yay! Das ist voll wichtig und so. Und dann kann sie Fitness machen. Weil für das Football-Training braucht sie ein höheres Fitnesslevel. Sie möchte laut ihrem Wunsch etwas hacken. Wir nehmen mal Landgrabsystems. Ich finde es schön, dass sie immer noch Spaß daran hat. Manche Hobbys ändern sich eben nie. Und wenn sie damit fertig ist, kann sie vielleicht mal in den Pool steigen. Face! Ich bin so stolz auf dich, Girl. Wo sind denn noch Hausaufgaben? So, und sie kann ein bisschen Yoga üben. Weil das ist ja ihr Ding. Ich glaube, sie hat es bisher noch nicht als Teenager gemacht. Also von daher, let's go! Ich bin ja ehrlich so gespannt, mit wem wir weiterspielen. Wir werden das ja wieder auslosen. Also ich habe halt Lust, mit beiden zu spielen. Deswegen werde ich entweder Face oder Destiny oder eben beide als Möglichkeit in das Rad dann packen. Ich bin sehr gespannt. 178 Simoleons hat sie sich ergaunert. So eine Mausi. Kann man so süß sein, wirklich? I can't. Oh, Peter. So, was machen wir denn heute? Gucken wir uns das an. Es ist die 155. Pff, kämpfe mit irgendeinem Sim. Okay. Oh mein Gott, wie ripped ist sie denn schon? Das ist, also, Yoga ist so overpowered in diesem Spiel. Wir machen das mit Sunny, würde ich sagen. Einfach, weil sie sich so denkt, hm, so lange werde ich auf dieser Welt nicht mehr haben. Da kann ich auch mal ein bisschen fies zu Leuten sein. Destiny kann von den Geschichten, die Faith erzählt, gar nicht genug bekommen. Besonders von der letzten nicht. Sie hat das Gespräch so richtig in Schwung gebracht. Würdest du sagen, dass Destiny Geschichten mag? Gerne, Girl. Faith hat automatisch nach einem Brieffreund gesucht. Ich finde das ein bisschen süß. So, wohin begeben wir uns denn zum Kämpfen? Komm, wir gehen ins Museum dafür. Lieb's so sehr. Ergibt alles gar keinen Sinn, aber ist doch egal. Okay. Sie hat direkt ihr süßes Auffall ausgepackt. Kann man so süß sein? So, wo sind hier Menschen? Ich sehe keinen. Da ist denn jemand. Hallo. Wir hassen dich jetzt, okay? Sie sieht eigentlich richtig süß aus. Sorry, Vanessa. Sie ist vor allem richtig traurig. Sie hat wahrscheinlich ganz andere Probleme. Und jetzt kommt so eine random alte Frau zu ihr und beleidigt sie einfach. Hier, kämpfen. Let's go. Und es kriegt zum Glück auch keiner so richtig mit. Sie hat sogar gewonnen, Alter. Es gibt schon wieder ein Wasserleck. Ich rast aus. Bin auf dem Weg. Also, ich habe auch halt nichts Besseres zu tun, so. Das ging schnell. Ja, ne? Tschüss. Aber unser Lama ist noch da. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Also, wenn wir heute nicht befördert werden, werde ich den Job einfach kündigen. Heute ist einfach der letzte Arbeitstag. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass dieses Outfit nicht unfassbar süß ist, oder? I love it so much. Sie hat einfach schon Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Nur weil die Nachbarn ständig ein Problem haben. So. Sei bereit für deinen letzten Arbeitstag. So. Destiny war durchschnittlich und Faith war überdurchschnittlich. Yay. Sie fand den Tag anscheinend sehr langweilig. Und sie ist einfach nur gestresst. Dann soll sie doch einfach mal ein bisschen Yoga machen. Das hilft beim Gestresstsein ein bisschen. Das Lama guckt dir so zu, so. Hä? Was machst du da? Und dir wünsche ich viel Spaß beim Football. Und sie stinkt. Naja. Passiert halt, ne? Ist ja auch sehr anstrengend hier. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr angespannt. Also hat es sich doch gelohnt. Sie möchte mit Aloysia Freunde werden. Sie kann sie ja einfach mal anrufen. Vielleicht ist das ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Why is the shower broken? Hey Faith. Hier ist Alaya. Hast du Lust heute Abend mit mir abzuhängen? Also wenn sie schon so fragt, klar. Warum eigentlich nicht? Wir sind in Chestnut Ridge, oder? Und dann quatscht man miteinander. Oh mein Gott. Sie hat dieselbe Frisur, die Carla auch hatte, oder? Also ursprünglich. Warum ist sie schwanger? Guck mal. Aloysia ist auch da. Können wir vielleicht zusammen tanzen? Oh. 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 Hörst du dir zu, Girl. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Nehm das Essen mit. Zu Hause werde ich es eh vergessen. Und dann hat sie wieder verdorbenes Essen im Inventar. Ich kenne mich. Ich komme nicht klar, dass Moon hier ist, Alter. Jetzt machen wir alles fertig. Vor allem, Moon kennt ja ihre Enkeltöchter gar nicht. Deswegen fällt ihr natürlich nicht auf, dass die hier ist. Oh. Er kennt. Wo geht ihr denn jetzt hin? Oh. Guckt ihr in die Sterne? Oh. 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 So eine Sache, die Faith machen würde, um jemanden besser kennenzulernen. Ich lieb's ja. Yay. Jetzt haben sie sich sogar angefreundet. Süß. Und Sunny wurde nicht befördert. Ist schade, aber wir werden aufhören. Es ist in Ordnung. Die Rente wartet. Ey. Das ist wirklich so ein Ding, was ich Faith einfach komplett zutraue. Ich lieb's so sehr. Ab nach Hause, Girl. Es ist schon spät. Wenn das dir nicht zählt mit dem Aufhören, werde ich aber den Wunsch trotzdem als erfüllt gelten lassen. Weil sie hat den Job ja dann trotzdem gekündigt. Also... Auf geht's. Es hat anscheinend funktioniert. Aber wegen dem Workaholic-Lebensstil fühlt sie sich schlecht. Aber es ist in Ordnung. Sie ist leider nie die Mixerin geworden, die sie sein wollte. Ab einem bestimmten Punkt. Ursprünglich wollte sie ja Programmiererin werden. Aber ihr Leben verlief halt nicht nach einer Linie. Und das ist okay. An dieser Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Ich denke, das ist ein guter Moment. Es ist so crazy, dass wir 50 Parts haben. Ich meine, wir sind jetzt glaube ich auch schon vier oder fünf Jahre dabei. Also... Ist jetzt auch nicht so krass. Aber trotzdem schön. Danke auch für eure Treue. Es wird natürlich noch lange weitergehen. Ja, wir werden irgendwann zehn Generationen abschließen. Dann schauen wir mal was. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin und... Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.